... ein Haus oder ein Arzt? Wieso? Sind Sie krank? Oder ein Kino, ein Theater, was weiß ich. Ich frag mich einfach, wie meine Tochter hier leben wird in dieser Goldgräberstadt. Sie wird alles haben, was sie braucht. Außerdem, es geht doch nicht immer nur um größer, schneller, höher, weiter, oder? Sie gefallen sich als Moralapostel vom besseren Ende der Welt. Sie sind ganz schön streng. Sie haben vergessen zu tanken. Der Tank war halb voll, ich hab geguckt. Die Tankanzeige ist nicht ganz ernst zu nehmen. Kommen Sie, steigen Sie bei mir an. Steve wird den Wagen abholen.